Und das passiert im heutigen Video. So macht man's, Chats. Genau so tut man's. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ihr habt vielleicht mein Video am Sonntag gesehen, wo ich ein bisschen darüber gesprochen habe, wie schlecht ich mich aktuell in Rocket League fühle und ich einfach mal eine kleine Pause brauchte. Diese Pause habe ich mir genommen und zwar von fast einer Woche. Aber gestern am Montag, wollte ich es mal wieder wissen, in meinem Stream habe ich wieder Rocket League gespielt. Und ich finde, man sieht eine Sache ziemlich gut. Das war die erste Runde Rank, die ich nach einer Woche gespielt habe, aber ich habe mich noch nicht getraut, Solo zu spielen. Deswegen war es Duos mit meinem, naja, Teammate Difi. Und ich finde, man sieht relativ deutlich, wie verunsichert ich am Anfang war, wie ich nichts hinbekommen habe, aber wie ich peu a peu versucht habe, da rauszukommen aus diesem Loch und irgendwie auch ziemlich coole Aktionen auszuführen. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Runden, die einfach nur perfekt sind. Fehler sind menschlich, Fehler gehören dazu. Und ich finde, diese Runde beschreibt es einfach perfekt. Defensiv war ich eine absolute Wurst. Offensiv habe ich mich mehr Sachen getraut und einfach auch versucht umzusetzen. Und die haben irgendwie auch ganz gut funktioniert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten Tage in Rocket League werden. Ich werde ab heute auch wieder Ones spielen, kommt deswegen gerne in meinem Stream ab 16 Uhr heute am Dienstag. Und jetzt aber viel Spaß mit dieser Runde 2 vs. 2 Ranked. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutschein-Code AnyArt bei R-Ware. Egal ob Credits, Items oder Drops. Bei R-Ware findest du auf jeden Fall etwas für dich. Wir checken also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß. Oh, Doc is back. Und Golden Panther. Okay. Come on, Shed, holen wir uns. Links. Yes, ich mach ganz entspannt, Koff. Ah, ist rechts geworden. Aber ist okay. Schön. Bin kurz nach Tor. Hast du aber. Bin Mitte. Mhm. Hallo. Schön. Ja, da hinzugehen ist halt scheiße für mich, aber ich gehe trotzdem hoch. Schön, das ging. Pfostenlatte, Deckellatte, alles. Der kommt ekelhaft runter. Einmal weg. Ja. Scheiße, hätte ich erst gewusst, dass der andere weg ist, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. So war ich halt ziemlich unter Stress. Es war sogar derselbe noch, okay? Also, er muss ja auch. Klar, der andere wäre ja tot. Aber, ah, dumm von mir. Du. Ja, da. Hier? Nö. Hab ich noch? Und Farben? Nö. Schön. Deine nochmal, oder? Ja, schönes Ding. Super. Nö. Du. Du. Okay, ja. Hab ich nochmal, ja. Keine in der Mitte, glaub ich, ne? Nö. Schönes Ding. Bin jetzt Mitte. Nice. Wie schön. Boah, ich wurde gerammt, aber wie crazy. Schönes Ding. Schönes Ding. Komm mal, und ich will sagen, was du kannst. Ich hab Bus bekommen. Die müssen weniger. Bin ich dumm. Also, ja, dumm war das ja nicht, aber es ist halt dumm. Zu sehr stressen lassen, so. Das war ein schöner Ball von ihm. Da geh ich an die Decke, der geht einfach weiter nach oben. Und dann will ich hochgehen, dann mach ich ihn selber rein. So, aber ich mach's doch wieder gut. Eins, zwei, haben wir schon mal. Ich follow. Blick. Noch mal. Was? Wird gerammt. Ja. Schönes Ding. War der andere zu greedy. Alles drin? Ja, da war der andere zu greedy. Der goldene Panda war da ein bisschen so aufgucken. Buschel-Kurs. Ja, war nicht cool von ihm. Okay. 2-2. Holen wir uns. Er geht nicht. Hast du aber. Was? Outplayt leider geil. Ich kann vielleicht, nee. Aber du, schön. Super. Schönes Ding. Schönes Ding. Super, super, super. Geil. Oh, das ist auch so. Yo, ich geh auf ihn. Oh nein. Oh nein. Oh doch, alles gut. Habe ich? Hab ich? Stop. Ich. Oho. So macht man's, Chats. Genauso tut man's. Yes. 3-2. Thanks. Mmhm. Zurück. Schön. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Weißt du, mein IQ ist gleichzeitig 0 und gleichzeitig 300 manchmal. Das ist unfassbar. Ich verstehe es nicht. Ja, da trau ich mich nicht dran zu fahren. Ich beng ihn raus erstmal oder hol ich ihn erstmal an. Fuck jetzt. Ja, der ist wahrscheinlich nicht drin. Ich geh jetzt vor. Null. Ist okay. Ich pushe dann. Beim Tor stehen. Und macht immer gar nichts. Hab null Boost, aber... Okay. Ja, okay. Das ist dann Metagaming. Schönes Ding. Yes. Einer mehr. Nice. Na, ich geh weg. Ich fake nur ein bisschen. Einer ist gerammt. Das reicht hoffentlich. Hat auch keinen Boost, glaube ich. Einer? Ja. Schön. Und raus. Ah. Ey, das war so ein richtig geiles Spiel, weil... Da merkt man einfach so meine defensive Angst heute, aber auch meine abgebrühtheit im Offensiven. Was eigentlich genau das Gegenteil von normalen Runden ist. Eigentlich bin ich definitiv besser als Offensiv, aber das war... Wow. Absolut geile Runde, ey. Super geil. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.